Der katholische Kirchenbau in Deutschland erlebte zwischen den Jahren 1919 bis 1933 eine erstaunliche Blütezeit, die auch im Bamberger Raum Spuren hinterließ. Eines der ehrgeizigsten Bauprojekte in der Region stellte die Errichtung der Mauritiuskirche in Sassanpfad dar. Gehen wir jedoch zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Sassanpfad hatte über 800 Einwohner und diese besuchten den Gottesdienst in der drei Kilometer entfernten Pfarrkirche Seusling, weil es noch keine Regnitzbrücke zum nähergelegenen Hirscheit gab. Im Jahr 1858 erhielt der damalige Rittergutsbesitzer Konstantin von Plummern vom Landgericht Bamberg die Genehmigung auf seinem Grundbesitz am Roten Sanderweg eine Gruft mit überbauter Kapelle zu errichten. Der Bau war aber nur als Grablege für die Familie Plummern bestimmt. Auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war nicht an einen Kirchenbau zu denken, denn die kinderreichen Familien lebten in höchster Armut. Als Pfarrer Gareis im Jahr 1905 die Pfarrei Seusling übernahm, hatte sie eine Größe von fast 1500 Sälen, wovon 953 Bürger in Sassanpfad lebten. Erzbischof Friedrich Philipp empfahl dem neuen Pfarrer, er möge es zu seinem Lebenswerk machen, dass Sassanpfad mit Kirche und Seelsorge beglückt werde. Pfarrer Gareis widmete sich ganz dieser Aufgabe. Er sammelte Gelder und gründete den Kirchenverein St. Heinrich, dessen Ziel die Errichtung einer Kirche in Sassanpfad war. Im Jahr 1913 erlaubte der neue Gutsherr Oberstleutnant Albert Brennfleck den Sassanfadern, seine Kapelle für katholische Gottesdienste zu nutzen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Entgegenkommen. Pfarrer Gareis erhielt die Erlaubnis des Ordinariats, in der Kapelle einmal wöchentlich Gottesdienst zu halten. Im Auftrag des Erzbischöflichen Ordinariats wurde die Grapekapelle am 29. Juni 1913 geweiht. Unzählige Gläubige aus der ganzen Umgebung waren gekommen. Heg es dies, quen vizi Dominus. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Weihe unserer Kapelle hier in Sassanpfad. Nach der Weihe setzte sich ein Festzug zum Schlossplatz in Bewegung, um der Gutsherrschaft zu danken. Sehr geehrter Herr Brennfleck, verehrte gnädige Frau, die Gemeinde von Sassanpfad und Köppmannsdorf hat sich heute hier versammelt, um Ihnen Dank zu sagen für Ihre großherzige Entscheidung, uns die Grabkapelle derer von Plummen zur Verfügung zu stellen. Wir bedanken uns recht herzlich und als kleines Zeichen unseres Dankes darf ich Ihnen, gnädige Frau, diesen Blumenstrauß überreichen. Herzlichen Dank. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich sehr herzlich für diesen schönen Blumenstrauß. Sehr gerne. Herr Bürgermeister, wir danken auch. Der Herr Brennfleck und seine Ehefrau, Sie leben. Hoch! 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 Jeweils am Dienstag konnte nun die Heilige Messe gefeiert werden, jedoch erwies sich die Kapelle mit ihren 100 Plätzen als viel zu klein. 1914 wurde deshalb die Kapelle mit Erlaubnis der Gutsherrschaft durch einen Holzanbau erweitert. Nunmehr war Platz für 150 Personen. Der Erste Weltkrieg ließ alle Pläne für einen Kirchenbau verstummen und durch die Inflation waren die angesammelten Gelder verloren. 1925 bat Pfarrer Gareis das Erzbischöflichen Ordinariat um die Durchführung einer Landeskollekte und erwähnte, dass man durch Eigenleistung 20.000 Reichsmark einsparen möchte. Dem Bürgermeister Adam Krabb konnte Pfarrer Gareis von der Antwort im Oktober berichten. Aha, Betreff, Richtung einer Tochterkirchengemeinde, Sassampath, das ist jetzt hiermit genehmigt worden, jawohl. Und wir werden aufgefordert, eine Kirchenverwaltung zu wählen. Das machen wir natürlich gerne. Und ich stelle mich selbstverständlich selbst zur Verfügung. Sehr schön, das ist auch. Ende des Jahres bot Gutsherr Brennfleck an, sein Grundstück neben der Kapelle für 1500 Goldmark an die Gemeinde als Kirchenbauplatz zu verkaufen. Den Verkauf verband er mit der Bedingung, dass die Fertigstellung des Kirchenbaus und des Friedhofes bis spätestens 1930 erfolgen muss. Außerdem bat er um baldige Entfernung des Holzanbaus, der die Begräbniskapelle verunstallte. Sollte bis 1930 keine Kirche entstehen, haben wir den Kauf für die Aufsicht. Das geht in Ordnung, so denke ich einmal. Ich bespreche das im Gemeinderat und bedanke mich heute schon einmal dafür. Die am 20. Dezember 1925 gewählte Kirchenverwaltung aus Sassampath und Köttmannsdorf wurde in ihr Amt eingeführt. Im ganzen Ort herrschte eine euphorische Stimmung. Die Schreindow, der Kirchenbauverein, verfügt über ein Vermögen von 20.000 Reichsmark. Das Dorfermögen, wo kommt denn das auf einmal her? Ich möchte ja wissen, aber wenn es die schreien. Bald wird eine sonnige Kirche von den sonnigen Höhen am linken Regensufer ins breite Tal hinausgrüßen und den Aufstieg einer Gemeindegrünen, der von allen weltlichen Behörden recht wohl beachtet und gewürdigt wird. Na sowas muss ich. Im September errechnet Architekt Reisinger aus Bayreuth für Schiff, Chor, Vorhalle mit Taufkapelle, Turm und das Pfarrhaus 175.000 Reichsmark. Reisinger konzipierte den Bau für 800 Besucher. Ebenfalls im Oktober lud Bürgermeister Krabb die Kirchenverwaltung zu einer Sitzung ein und überging dabei absichtlich den ersten Vorsitzenden Pfarrer Gareis. Er wollte erreichen, dass der Pfarrer Bankabrechnungen, Spenden, sonstige Gelder und Dokumente, die er bisher eigenständig verwaltet hatte, offenlegt und im Kassier aushändigt. Wer ist dafür? Jawohl, einstimmig. Ich bedanke mich für das. Als Pfarrer Gareis dies erfuhr, war er sehr verärgert und entlud seinen Unmut auf der Seuslinger Kirchenkanzel. Und umso bedauerlicher und umso betrüblicher ist es nun, dass einzelne, einflussreiche Persönlichkeiten des Ortes diesen wichtigen Unternehmen den Kampf angesagt haben und zu hintertreiben versuchen. Und es ist ein großer Vertrauensbruch und nicht hinnehmbar, wenn der Pfarrer bei wichtigen Entscheidungen außen vor bleibt, nicht in Kenntnis gesetzt wird und erst durch ein Schreiben des Ordinariats letzten Endes über Beschlüsse informiert wird. Das ist nicht hinnehmbar. Die Pläne mussten nach den Vorgaben des erzbischöflichen Ordinariats aus Kostengründen überarbeitet werden. Der Turm muss gekürzt werden, gekappt werden. Das Pfarrhaus, das wir ursprünglich unmittelbar neben dem Turm bauen wollten, das wird überhaupt nicht genehmigt. Aber da haben wir ja schon fast mit gerechnet. Das sind natürlich gewaltige Änderungen, Herr Bürgermeister, wo wir dann auch wieder die Pläne ändern müssen. Der Unmut in der Bevölkerung war groß, denn der Leichenhausbau schien in Vergessenheit geraten zu sein. Im ganzen Dorf hört man nichts anderes mehr. Ein Käng wird gebaut, ein Käng müssen wir bauen. Ja, alles gut und schön, aber wir haben andere Probleme auch noch. Ein Leichenhaus bräuchte man. Was? Zum Teil werden die Toten in die Gasenstelle gelegt. Und das ist falsch hervorgekommen, dass sie für Mäus und Ratzen angearbeitet werden. Das kann so nicht mehr weitergehen. Durch Spenden von Guttätern standen insgesamt 29.000 Reichsmark zur Verfügung. Im März genehmigte der Baukunstausschuss die geänderten Pläne Reisingers, dessen Kostenschätzung nun bei 100.000 Reichsmark lag. Am 9. April 1928 fand der erste Spatenstich durch Pfarrer Gareis an der Stelle statt, wo sich der Chor und der Hochaltar erheben sollten. Hochwürdiger Herr Pfarrer, liebe Gemeindebürger von Sassanfahrt und Köppmannsdorf. Wir haben uns heute hier in dieser denkwürdigen Stunde versammelt, um das zu beginnen, was wir seit Jahren geplant haben, nämlich den Bau einer neuen Pfarrkirche für Sassanfahrt. Hoffen wir, dass der Bau ohne Zwischenfälle und ohne Schaden durchgeführt werden kann. Möge Gott uns dabei helfen. Vielen Dank. So, jetzt schauen wir mal her, wo. So, jetzt gehen wir her, setzen wir mal her und hören, was das Bamburger Tochplotto wieder schreibt für uns. Was sollen denn die schon wieder zerschreiben? Die schreien doch, endlich ist das seit vielen Jahren erstreckte Ziel der Gemeinde Sassanfahrt in greifbare Nähe gerückt. Mit dem Bau der neuen Kirche wird in den nächsten Tagen begonnen werden, sobald die behördlich genehmigten Baupläne eintreffen. Das wäre aber eine Zeit, ne? Nachdem das Generalvikariat in Bamberg die Grundsteinlegung genehmigt hatte, erfolgte diese am 24. Juni 1928 zusammen mit der Weihe an der Stelle, an welcher der Hochaltar Platz finden sollte. Ruhe, diese Urkunde eingebettet ins Fundamente und möge keine feindliche Gewalt, kein Unglück sie herausreißen aus ihrer Ruhe. Sie kommen nur ans Licht, wenn einmal an dieser Stelle einst ein noch größeres Gotteshaus sich erhebe. So flieh ich mich mit der feiernden Gemeinde, heute der Schreiber dieser Urkunde, Georg Gareis, seit 23 Jahren Pfarrer in Säusling. Für eine angenehme Überraschung sorgte Gutsherr Brennfleck. Bürgermeister Grab, tausend Fuhr Sand würde ich Ihnen zur Verfügung stellen. Wir hoffen, dass die Kirche damit gebaut wird und hoffen, dass alles gut verläuft. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich im Namen der Gemeinde, Herr Brennfleck, tausend Dank, tausend Dank und vergelt es Gott. Passt auch so, jawohl, passt so, jawohl. Mit dem Kirchenbau konnte begonnen werden und es folgten Wochen und Monate eifriger und unentgeltlicher Arbeit. Die Jugendlichen wurden mit dem Kuhgespann immer wieder zur Regnitz geschickt, um Bausand zu holen. Beton wurde mit der Hand gemischt. Des Öfteren waren täglich bis zu 100 Leute im Einsatz. Steine und Mörtel mussten mehrere Etagen hochgetragen werden. Beim Bau wurde keine einzige Maschine eingesetzt. Alles war Handarbeit. Das Bauholz wurde von der Kirchengemeinde Seusling zur Verfügung gestellt. Der Bau schritt zügig voran und im September waren Mauern und Dachstuhl soweit fertig, dass die Hebefeier stattfinden konnte. Dass Menschen Hände hier bewegen, braucht auch immer Gottes Segen. Wir bitten deshalb für das Gotteshaus, schütze alle, die gehen ein und aus. Dank der vielen fleißigen Hände hatte Sassanfad es tatsächlich noch vor dem Winter geschafft, das Gebäude mit Ziegeln zu decken, wenn auch der Turm nur mit einem provisorischen Dach versehen werden konnte. Die Staatsbank verlangte für einen 15.000-Mal-Kredit eine Bürgschaftserklärung. Diese konnte die zahlungsunfähige Gemeinde nicht geben. Eine Lösung bot die Bürgenliste von Ortsbewohnern, die bereit waren, mit ihrem Hab und Gut die Finanzierung sicherzustellen. Viele Leute haben sich zur Verfügung gestellt als Bürgen, aber sie haben ja eigentlich kein Vermögen. Das ist einmal ein erster Schritt, um zunächst einmal die Staatsbank zu beruhigen. Dann wollen wir mal sehen, was die Staatsbank dazu sagt. Ich denke, es wird gar nicht. Mit Gottes Seid. Eine bayernweite Sammlung für den Kirchenbau wurde vom Kultusministerium genehmigt. Diese erfolgte am 18. November 1928. Man rechnete mit Spenden in Höhe von 25.000 Reichsmark. Tatsächlich erbrachte sie 5.233 Reichsmark. Nach einem langen und strengen Winter wurde der Kirchenbau im Innern fortgeführt, musste aber immer wieder wegen des starken Frostes unterbrochen werden. Fassungslosigkeit herrschte im März 1929, als das gesamte Chorgewölbe herunterfiel und eine Betondecke zertrümmerte. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, ob wir auch die richtigen Bauunternehmer beauftragt haben mit diesem verantwortungsvollen Bau. Aufgrund dieses Vorfalles bestand im ganzen Ort große Aufregung und Bürgermeister Krabb versuchte, sich bei Gareis zu rechtfertigen. Die Ursache ist eigentlich der lange Winter, den wir halt hatten. Ja, aber wir haben jetzt auch ein Problem. Das Geld fehlt uns. Trotzdem wurde am 14. Juni 1929 in der fast vollendeten Kirche der Altarstein auf den steinernen Unterbau des Hochaltares aufgesetzt. Und wird zuerst diese Urkunde in der Nische eingelassen, um späteren Geschlechtern noch zu künden von der denkwürdigen Zeit des Sassan-Vater-Kirchenbaus. Rechtzeitig vor der Weihe wurde die Innenausstattung installiert, die überwiegend aus Spenden von Guttätern stammten. Am 21. Juli 1929 wurde die Einweihung der Mauritiuskirche durch den Bamberger Erzbischof Haug und Weihbischof Sänger unter der großen Anteilnahme der Bevölkerung vorgenommen. Die Weihe fiel in eine schwere Zeit, die noch unter den Nachwehen des Ersten Weltkrieges und der Revolution litt. Dennoch wurde dieser festliche Weihe-Tag von vielen Bewohnern lang ersehnt. Denn ihr Opfermut und die Wohltätigkeit der Erzdiözese hatten diesen Kirchenbau überhaupt erst möglich gemacht. Gesundheitliche Gründe zwangen Adam Krabb unmittelbar nach der Kircheneinweihung, sein Bürgermeisteramt niederzulegen. Er verstarb am 16. Mai 1931 im Alter von 64 Jahren. 1936 starb Pfarrer Gareis im Alter von 65 Jahren. Bis zum Lebensende hatte er sein kirchliches Einkommen für den Bau der Mauritiuskirche bereitgestellt. Im Jahre 1954, nach 25 Jahren, wurde der Kirchenbau endgültig fertiggestellt. Der Turm, der nur ein Meter das Hauptschiff überragte, wurde erhöht. Ein dreiteiliges Glockengeläute wurde beschafft und es erfolgte die feierliche Weihe durch Dekan Schüler aus Mistendorf. Im Jahr 1959 wurde ein großes Triumphbogen-Kruzifix gestaltet. Der Gekreuzigte lässt aber den Kopf nicht hängen und trägt keine Dornenkrone. Er wurde vom Bamberger Künstler Franz Xaver Bauer nach dessen lebendem Vorbild aus Lindenholz geschnitzt. Es waren wohl die bittersten und schwersten Notjahre des vergangenen Jahrhunderts, in der sich Menschen, beflügelt durch den christlichen Glauben, ans Werk machten und den Grundstein für das jetzige Gotteshaus legten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020